Ich warte hier eben auch nicht. Achso, ich muss noch ins Blow-Team. Entschuldigung, ganz vergessen. Hier wachsen langsam die Bäume, die sind alle sehr angepflanzt aus. Ich hab alles angepflanzt, richtig weit auch. Weil ich bin so weit gelaufen, Bäume zu finden. Ich hab mir irgendwann gedacht, da hab ich keinen Bock drauf. Ich will hier irgendwo Bäume pflanzen, weil wir kein Holz mehr haben. Wir hatten nichts mehr an Holz. Was? Ganz fix. Ich mag diese kleinen... Ja, Löcher nicht. Da kann man einfach mal ein Holzweg drüber bauen und schon fällt man nicht mehr rein. Hier zum Beispiel. Schnee erbauen oder beziehungsweise Eis erbauen klingt immer noch irgendwie am geilsten. Das ist dieses Kunststoff. High Pitch. Pinger. Daher macht ihr ne Treppe. Blöck. Ein Vogel. Kleiner Vogel. Oh, extra gleiche Idee. Keine Fackeln musst du aufsetzen. Ich bin ein bisschen links von dir. Nicht gestorben. Also direkt bei dir aber links. Also ein bisschen... Müsste eigentlich quasi nach ganz links einen Gamer gehen. Dann so die Hälfte der Items zu einsammeln. Dann muss ich eigentlich fast meine ganzen haben. Und dann liegen dann direkt daneben rechts eigentlich. Also ich bin vor dir theoretisch. Von uns aus gesehen. Bin runter... Ja, genau. Ja. Die Frage ist nur, ob ich da grob hinkommen, oder? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ob ich da aber lebend ankommen. Die Spinnen werden ein Problem sein. Ja. Die machen schon relativ viel Schaden. Bis wir da sind diese Flugviecher. Oder die Face... Face-Monster oder wie sie heißen. Ja, die finde ich, die gehen ja sogar. Weil die so langsam so kommen. So erst so so... Oh, komm ich jetzt wieder durch? Ja, aber wir haben halt grad nichts zum... Zum wehren, ne? Das komische Wooden-Sword-Short... Das stelle ich jetzt... Short-Sword. Short-Tort. Das zähle ich jetzt einfach mal nicht als Waffe. Mein Gott, hier ist ja überall angepflanzt. Mein Gott. Ist hier nicht ein Herz in der Wand? Hier ist ein Herz in der Wand. He? Ja. Ein Herz? Erz. Erz. Komm hier, Fisch. Fisch, komm her. Da nehm ich da mit. Und ich hab gehört, heute ist Wochenende, ne? Hast du Freitag Freitag? Ja, ich hab Freitag Freitag Freitag. Ich muss natürlich abends in die Uni. Aber tendenziell hab ich Freitag Freitag. Ja, das ist schon mal cool. Weil ich bin nämlich morgen Abend auch weg. Freitagabend wahrscheinlich weg, aber Mittag. Aber die Tagsüber halt dann kann man nur... Ja, ich muss gucken, dass ich irgendwie... Ich muss jetzt langsam mal anfangen, das Scientific Extract vorzubereiten hier mit meinem Thema, was ich ausarbeiten möchte. Das werde ich eventuell... Also ich denke, morgen werde ich's nicht machen. Dann den Freitag lass ich Freitag sein. Aber ich denke, Freitag werde ich dann nochmal dran arbeiten. Vor der Uni. Ja, komm. Ja, komm. Das Problem kennst du jetzt auch mittlerweile schon ein paar Semester lang. Ja. Ja. Ja, der wird uns noch auf den Keks gehen. Ach, Schweingrad. Da geh allen. Hüpf, Schweinchen. Hüpf. Hüpf, 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 hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, 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 hüpf. Hast du auch den Sprung nicht geschafft? Hüpf, 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 hüpf. Hm. Na, ich weiß nicht. Kommt mir ehrlich gesagt nicht so vor. Aber ich glaube damals wären wir da reingefallen in genau dieses Löschchen da. Oh. Hier, Pilze müssen wir mal mitnehmen. Dann können wir aber Heiltränke machen. Ich bin mir relativ sicher, dass die mit Pilzen gingen. Heiltränke habe ich da gebaut, ja. Pilze und leere Flaschen. Und noch ein paar. Dann brauchen wir noch ein paar mehr Pilze. Tschüss. Alter, boah. Gerade irgendwie so kurzzeitig ein bisschen schwindelig geworden. Weil die Wolken sich so gut gesucht haben. Alter. Das habe ich den Sprung nicht geschafft. Ähm. So. Ja, jetzt ist alles zerstört. Jetzt ist alles zerstört. Und dann nehmen wir einfach alles auf. Ich habe nicht viele Items bei gehabt. Ich habe nur meine erste Zeit eigentlich voll gehabt. Ich kann dir auch fast genau sagen, was ich hatte. Warte, ich habe was zum Bauen. Ja, das ist gut. Ich habe was zum Bauen. Wann kann man die Teleportdinger drüber bauen? Teleportdinger? Oder die kriegen? Den Spiegel, den kannst du nur finden. Irgendwo. In irgendeiner Truhe. Das ist total random. Boah, Alter. Der ist so gut, ne? Da gibt es keine feste Zeile oder Zahl. Das ist so gut. Das bringt ja erstmal nicht viel, ne? Solange du nicht überall im Bett stehen hast. Du kannst dich ja immer nur dahin teleportieren, wo du zuletzt deinen Spawnpoint gesetzt hast. Ja, aber bitte hast einmal doch da jetzt. Oh, na komm schon. Lass mich durch. Puh! Eingebuddelt. Spine? Und der Facey-Ters runtergefallen. Naja, so ein Facey-Ter kam. So, jetzt sollen wir eben aufräumen. Da liegen noch ein, zwei Items. Aber ich kann auch erstmal her schießen. Und jetzt kommt auch noch eine Spinne. Die wird ja wohl auch nicht hier durchkommen, denke ich. Aber ich kann durchschießen. Das ist blöd für euch Spinnen, ne? Boah, Spinnen klingen so eklig, ne? Boah! Ich glaube, hier werden wir sowieso nicht weit... Ja, wobei doch, hier geht es auch nochmal. Von der... Weil hier sieht es fast aus, als wäre es nochmal so ein ganz harter Abgrund gewesen, ne? Hast du alle Sachen? Äh, fast alle. Wie gesagt, ich muss jetzt mal kurz aufräumen und die Hauptsachen schon mal wieder meinen Inventarslot sehen, dass ich dann mehr Platz habe. Da liegen nur, wie gesagt, zwei, drei Sachen rum. Ähm... Der Schäckl ist meiner. Die Flöte ist meine. Na, Spinner. Klar hier. Oh, da liegt er noch. Warte, ich seh's genau. Oh, Crit-Hit. 30 Schaden machen, Crit. Oh, wie bei dieser Plan für die, die ist mehr hier. Wie die Flöte gibt es noch. Boah, blödes Sp... Eh, geht doch. Okay. Ich hau jetzt den Rest hier auf. Okay, ich hab den Rest. so jetzt müssen wir gucken ja, die passen schon viel näher ähm pickaxe sortier schon mal, dass ich dir gleich ganz schnell dein Zwerg so alles geben kann ähm ja, ich hab da du musst nach links rüber dann dich links auch wieder auf die linke Seite fallen lassen das kann ich dir schon mal sagen und dann hab ich da einen kleinen Weg gebastelt, mit dem du auf die rechte Seite kommst wo meine Sachen waren so, und von da aus kannst du dann nach links rüber und dann bist du bei mir unten und wenn du da bist, sag mal Bescheid, dann mach ich schnell auf und, äh, bau danach direkt wieder zu ah, hier sind halt viele Spinnen also hier kommst du rein links, dann auf links fallen lassen genau, so halb halt und dann hast du ja, dann kannst du halt über meinen Steg auf die rechte Seite ganz rüber und von da aus dann nach links ja, warte, ich mach auf äh warte, warte, warte ja, warte, 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 ich bin noch dabei okay so, sollte dicht sein, okay ähm, also ja, erst den Standardkram wieder wegbomben war ähm dein Schwert dein Gribblinghook dein Ding deins, deins, deins 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 ähm ich glaub weißt fehlt dir jetzt noch was, oder Kerzen ein bisschen Haulbezung bauen ach nein, 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 das insurance habe ich noch nicht vergessen aber ich meinte jetzt so ein Hauptkram, wie ich dir jetzt alle Rüstungen wiedergegeben hab davon die Spinnen sind da vorne links, kritisch auch noch Naja, ich seh hier auch alles nur voller Spinnen. Da unten rechts war da schon jemand von uns. Seh ich doch auf der Karte. Ich seh das nicht auf der Karte. Ah, da war ich bis zur Mauer gegangen. Du musst da gewesen sein anscheinend. Ja, das war beendet. Ähm, warte. Ich muss eben noch mein Zeugs hier wieder sortieren. So, jetzt irgendwo... Wollte ich noch Holz genommen. So, zum Bauen. Ähm, das kriegst du noch ein bisschen. Jo. Also meine Goggles muss ich noch dran ziehen. Ja, also ich kann durchschießen, so weiß ich. Du durchschießen, so weiß ich nicht. Ja, kann ich. Glaubst, fehlen wir noch. Boah, dieses Geräusch von Spinnen geht einfach gar nicht klar, ey. Boah! So, Ecke, Litsch. Hm, okay. Ja, wollen wir weiter gucken nachher, oder? Ja, können wir machen. Alter. Ne, mal gucken. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, ich werd mal hier einen Weg rüber bauen, und hätte sonst keinen Sinn. Ja. Geh nicht wieder vor, sonst baue ich nachher mal nicht. Okay. Aua. So, hier kann man runter. Da unten so ein Face-Eater. Okay, hier kommt man einfach runter. Ecke, was hat da für einen kleinen... Ach, das sind diese komischen Altare, die wir schon mehrfach gesehen haben. Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine Alternative zum anderen Corruption-Gebiet ist. Ich mein, es kommt dann mehr so vor, ne? Sag ich mal. Da könnte man die nur abbauen. Äh, mit dem Hammer. Aber ich würd's nicht tun, weil es tut sehr weh. Okay, also die Altare damals konnte man mit Bornhammer bauen, genau. Äh, das hier, was ist das hier? Deathweed. Oh. Ja, das... Vorsicht. Oh mein Gott. Alter. Wir kommen da. Na, mit deinem Zaubershot geht das ganz gut. Ja. Mein Gott, das werden immer mehr, ja. Warte mal, pass mal auf. Okay, wir kämpfen. Okay, holt's hoch. Pfff. Alter. Pfff. Ja, ja. Alter. Alter. Das ist so hart. Oh, und nicht nach links. Was ist denn nach links? Äh, das ist Blinkroot. Oh, wir kommen ja nicht hin, weil wir es ja nie abbauen können, jeder Zeugs. Nein. Äh. Danke, dass du mich umgezogen hast für den Schaden. Äh, von oben kommt einer, den kannst du überarbeiten. Ja, ja. Ich zieh mal in den Weg hier weiter. Ja, ist von hier. Ja, okay. Oh mein Gott, wenn du hier runterfällst, bist du tot, ne? Ja. Oh, da drüben können wir hin. Mh. Aber ich muss erst... Ich guck rein. Ja. Alter. Oh. Oh. Was ist fast dort? Alter. Äh. Äh. Ja. Ja. Da ist jemand. Willst du Fackeln setzen? Ja. Vorsicht. Ach, hier kommen wir sogar in ein relativ normales Gebiet ein. Ja. Das ist gut. War das hier unten irgendwas? Ja, nix jetzt. Da unten ist irgendein Erz, das würde ich natürlich ganz gerne haben. Ja. Guck mal. Äh, kannst du das machen mit deinem Grapplinghautor, muss ich mich da nicht hocharbeiten. Ja. Guck dir unten rechts eine Erkörter? Ich mach hier sowas. Da, also da oben rechts, da müsste ich halt hinbauen. Das wär doof. Äh, Alter, wieso schmeiß ich die ganzen Dinger jetzt hier rum? Weil... Was kommt denn? Na, ich muss doch noch mal mehr hiervon machen. Seile. Seile. Dafür haben wir sie ja. Hast du? Ja. Ach, da, ja, ich seh's. Da könnte ich auch mithelfen lassen. Ich guck mal, dass ich den Rückweg müsste einfach machen jetzt heute. Okay. Haben wir alles? Alles okay. So. Bleib, wo du bist, Spinne. Aber wie geil die an der Hinterwand. Ach, das können die aber auch nur auf ihrem Gebiet. Guck mal. Ah, wie geil. Ach so. Was hat denn? Oh, was ist denn hier? Oh, was ist denn hier? Oh, Ruby! Das brauchst, das brauchen wir auch. Also ich hab jetzt, was ich bisher noch gesehen hab, war, das war irgendwie gut für irgendeine Rüstung für dich. Oder so. Okay. Ruby war auf jeden Fall... Nein, natürlich. Ich hier rein. Äh, oh, scheiße. So gerade eben hochgekommen. Ey, ich bin so gerade eben hochgekommen. Ah, hier war ich. Okay, bis hier war ich. Ah, ist natürlich gut. Oh, da oben ist... Blinkroot. Okay. Ja, da links ist auch noch Blinkroot. Da würd ich auch noch ganz gerne hin. Wurm. Wurmiga, Wurm. Ja. Äh, da links. Kannst du mit dem Grippling Hook da rein? Äh, ja. Wurm ist da oben Sand? Hahaha. Boah, ich will ich gerade bring... Hast du... Hast du jetzt gerade Blinkroot Seeds bekommen? Nein. Oh, ich überlege gerade, waren das die Blinkroot Seeds, die unter Wasser sein müssen? Doch, hab ich wohl. Hab ich wohl bekommen. Vier Stück. Okay. Ja, das ist gut. Weil... Ich meine, klar, wenn ich anbaue, dann kriege ich auf Dauer natürlich auch Seeds, aber das dauert dann natürlich ewig. Ja. Ja. So, hier geht's jetzt erstmal so direkt nicht... Da ganz oben ist da nicht mehr noch ein Erz, auch wenn's nur eins ist. Wo kommst du da hin? Warte. Oh, wat? Oh mein Gott. Auf das Ding sogar drauf. Oh. Topaz. Ach, das war ein Topaz. Okay. Alter, ich will schon wissen, was da unten jetzt ist, ne? In diesem riesen Ding hier, ja. In dem anderen... Ja, warte. Wir können doch hier... Dafür haben wir doch, ne? Warte mal. Kannst du mal abwehren? Äh, ja. Oder hast du selber Seil, um einfach uns abseilen zu können? Äh, ja. Ich mach hier links. Mach hier links auch noch. Ähm. Ich brauch mal einen Solid Block hier, irgendwie. Alter. Wir machen doch noch was unter dem Pass-Off. Achso, die haben mich schon mal vor. Pff. Hat Gutes mit dem Spinn ist, die geben wir uns so viele von diesem komischen, ähm, neuen Material da, wo wir noch nicht wie so viel wir brauchen. Ja. Ja, für die Gegner auf jeden Fall. Brennt, ihr Viecher brennt. Äh, warte. Seil. Jetzt mal endlich dort hier hin. Ah, aua. Äh. Ja, wir eben kämpfen. Von dem kommt auch noch einer. Ja. Ja, hier können wir jetzt... Warte, ich bin noch nicht fertig. Moment. Ja. Okay. Ich glaub, da können wir jetzt langsam runter. Dieses Slime gehört nicht hier hin. Hehehe. Alter, was hier rumliegt, der Hammer. Oh, da ist eine Truhe. Okay. Kannst du hier eine Fackel mehr reinbringen? Ja. Danke. Ja. 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 Sofort. Hehehe. Oder du guckst mir, es ist nicht wurscht. Hauptsache irgendeiner, weil ich bin gar nicht. Äh. Ne Fergen. Okay. Warte. Äh. So ein Range-Ding, oder was das hat. Friedohr. Ja.